Ein junger Bursch sitzt da und blickt in eine ungewisse Zukunft. Bad Grönenbach war wohl eine der wichtigsten Stationen für den jungen Sebastian Kneipp. Als Lateinschüler bei Kaplan Merkle schuf er die Voraussetzungen für seinen Priesterberuf. Land und Leute sensibilisieren ihn für die Heilkraft der Natur. Kein Wunder, wenn man den Blick über die herrliche Landschaft des Unterallgäu streifen lässt. Klare Flüsse und Seen, sanfte Hügel, Wälder und saftige Wiesen. Wem solch kostbares Gut gegeben, der soll es auch zu Nutzen wissen. Die Wurzeln der Kur reichen hier bis ins 16. Jahrhundert zurück. Schon damals gab es in Bad Grönenbach ein Wildbad. Seit 1939 findet das ganzheitliche Naturheilverfahren von Pfarrer Kneipp Anwendung. Die Sanatorien Dr. Krautheim und Bad Klebers mit geprüften Qualitätsstandards sind in fünf Säulen der Kneipp-Therapie zeitgemäß verpflichtet. Eine hochentwickelte Wassertherapie, gesunde Ernährung, Arzneimittel auf Pflanzenbasis, körperliche Bewegung und Einklang von Seele und Geist bilden bis heute ein bewährtes Konzept der Gesundheitsvorsorge. Den Gästen steht ein breites Spektrum konkreter Therapien und wohltuender Medical Wellness zur Verfügung. Medizinische Kompetenz auf höchstem Niveau erwartet unsere Gäste der Klinik für psychosomatische Medizin und der Fachklinik für Hörbehinderte und Tinnituspatienten sowie Kardiologie und Orthopädie. Spezialisiert auf die Durchführung der FX-Meyer-Kur in ganzheitlicher Form ist die Privatklinik für Naturheilverfahren Dr. Milz. Bad Grönenbach, das ist eine ursprüngliche Begegnung mit der Natur, aus der Heilkraft auszugehen vermag. Wieder in Bewegung kommen, wie wichtig ist das in vielen Situationen. Kräftig durchatmen, das tut gut. Ob zu Fuß oder mit dem Rad oder mit Stöcken, herrlich angelegte Rad- und Wanderwege lassen keine Wünsche offen. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt, erfahren Sie Wissenswertes über die Natur. Bewegung lässt uns ein neues Körpergefühl entdecken. Dazu gehört mitunter auch die gemütliche Brotzeit oder das hochklassige Menü. Körperliche Aktivitäten tun uns allen gut. Doch getreu nach Kneipps Lehren gehört auch der lebendige Geist zum Wohlbefinden. Abwechslungsreiche Veranstaltungen im Rahmen der Sommerfrische sind der Höhepunkt unseres Kulturprogramms. Kurzweilige Ausflüge in eine lebendige Kunstgeschichte beleben unser Schloss. Immer wieder stoßen wir auf die Lehren des Pfarrers Kneipp. Geist und Seele in Einklang bringen. Atempausen mit Gottes Segen. Entdecken Sie die Kirche als Stätte der Begegnung, der Stille und Zuflucht, der Besinnlichkeit und dem Gebet. Einfach zur Ruhe kommen. Was wäre das Allgäu ohne seine uralten Traditionen? Sie liegen uns am Herzen. Liebevoll pflegen wir die Bräuche und Sitten unserer Vorfahren. Humorvoll begegnen wir der guten alten Zeit. Und wir machen immer wieder ein Fest daraus. Das Premium-Class Kneipp Heilbad Bad Grönenbach erwartet Sie mit einer zauberhaften Landschaft und fröhlichen, naturverbundenen Menschen. Seien Sie unser Gast und entdecken Sie einen Ort des Wohlbefindens für sich ganz persönlich. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.